Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte euch zeigen, was ich aus diesen Papierblöcken von Action gewerkelt habe. Und zwar ein kleines Pocket Mini Album. Ich habe hier diesen Luxus Papierblock verwendet. Dann einmal das Boho Design Papier, das Papercraft Set und auch hier das Wellum. Und ja, das ist draus geworden. Also hier bei dem Happy habe ich nochmal den Wing of Stella einfach da so drüber geschmiert. Und ja, also das Mini Album hat einen Magnetverschluss hier an der Seite. Und ja, hier sind halt so Taschen. Da kann man natürlich auch Fotos oder irgendwelche anderen Sachen reinmachen. Das ist die nächste Sache. So. So. Und so. Ja. So. Äh, das war's schon. Das war ein ganz, 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 ganz kurzes Video von mir. Ja, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und, ähm, ja, ihr bastelt auch mal was Tolles mit den wunderbaren Blöcken. Und, ähm, ja. Äh, ja. Hinterlasst mir einen Daumen, einen Kommentar oder auch ein Abo. Ähm, ja. Wir hören uns demnächst. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020